Hi meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing. Heute gibt es das zweite Volume von Shiro Baku für euch. Etwas früher bei mir angekommen. Eigentlich sollte das noch mit etwas zusammen kommen. Aber irgendwie ist das dann nicht gekommen. Ich hoffe, dass es dann morgen kommt. Mal schauen. So, hier haben wir nochmal die Vorderseite. Hier haben wir nochmal die Rückseite bzw. die Seite. Und hier haben wir dann unsere Rückseite mit den Episoden 5 bis 8 je 24 Minuten Laufzeit. So sieht das Ganze aus und darum geht es auch. So, und dann schauen wir uns das hier unten nochmal an. Als Extras haben wir das alternative Opening und Ending und eine Bildergalerie. Das Ganze kommt auf Deutsch und Japanisch mit deutschem Untertitel. Geht 99 Minuten lang. Und ja, wieder in Full HD. So, und dann können wir auch schon reinschauen. So, hier KSM Werbung, die ziemlich neu sein sollte bzw. ja, ist neu. So, okay. So, Shiro Baku, Gintama, Digimon und noch alles andere. Ja. Und so. Und das war die Werbung. Hier haben wir nochmal unsere Scheibe. Und natürlich noch unser Wendekover ohne FSK-Logo. Also, wie immer sehr hübsch. So, das war's mit dem Unboxing. Ging sehr schnell. Und bevor ich es vergesse, wieder zu sagen. Heute ist der letzte Tag, an dem ihr bei unserem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Also, wenn ihr das noch nicht habt, schaut doch gerne vorbei. Und nutzt eure Chance. Ich werde dann so Mitte nächster Woche auslosen und die Gewinner bekannt geben. Und ja, lasst euch überraschen. Ansonsten war's das. Vielen Dank, dass ihr mit eingeschaltet habt. Und wir sehen uns vielleicht morgen, wenn nicht irgendwann nächste Woche. Und bis dahin würde ich sagen. Ciao.